Dieses zur Miete angebotene neuwertige Fünf-Zimmer-Ein-Familienhaus befindet sich in Römerberg. 2008 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Keller sowie drei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 700 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von 160 Quadratmetern auf. Die monatliche Kaltmiete des Hauses beträgt 1.100 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.